Yo, hallo und herzlich willkommen zu noch ein neuer Let's Play von Let's Play Force und wir zocken Battlefield 3, die Mission Donnerlauf. Von der Kampagne natürlich, habe ich ja im letzten Let's Play nicht gesagt, aber jeder kann es sicher denken und jetzt fahren wir einen schönen Tank. So, erstmal die Videosequenz hier uns anschauen. Vor 10 Stunden 80.000 Toten. Ja, 80.000 Tote und wie eine Atombombe ja so bekannt ist, kann man ja davon ausgehen, dass nochmal 80.000 sterben. Wer glauben Sie hat das getan, Sergeant? Deine Mutter. Der Explosionsradius passt zu einer russischen Kofferbombe. Wir haben Dima zur gleichen Zeit im Land aufgegriffen. Wissen Sie, wonach das aussieht? Dima wollte es verhindern. Diese Bombe in Paris muss eine der fehlenden gewesen sein. Schwachsinn! Und dann? Hätten Sie es nicht trotzdem geschehen lassen? Sergeant, denken Sie doch mal zurück. An die Bank. Sie sagten, die Pariser Bombe hätte was mit der Bank zu tun. Nicht Dima. Unmöglich. Ich warte. Wir hatten einen Notruf abgesetzt. Anvil 3, Teil der Charlie-Kompanie, erste Panzer. Sie kamen, um uns zu holen. Miller kam, um uns zu holen. Miller. Und wir spielen jetzt Miller. Nur damit alle es wissen. Ja, komm jetzt, Alter. Mach hinne. Miller. Ein Dinosaurier. Schießt Feuer. Miller, lass den Scheiß. Ja, lass den Scheiß, Alter. Wir sind nicht tief. Wir kriegen das, Junge Miller. Jetzt am Geburtstag musst du wieder zurück sein. Zu seinem Geburtstag. Damit meint er seinen kleinen Sohn. Alter, schaut das geil aus? Oder schau fast geil aus? Jonathan Miller. Erste Marine Tank. Oktober. Immer noch in die Erfahrung. Immer noch in die Erfahrung. Ja, ich bin ja in meiner Spur. Da, Helis. Transport-Helis. Ist das, ne? Ja, Transport. Nein, die Scheiße, was war das denn? Sieht nach sowjetischen WM-21ern aus. Alte Raketentechnik. Nicht sehr präzise, aber mit etwas Glück können sie dir den Tag versauen. Ja. Und die sind wie kam bei auch noch gar nicht. So, jetzt noch erstmal Tank und den Tank. Verstanden. Und ja, ich werde mal sagen, wir reißen mir in den Arsch auf. Ich kann losgehen. Mein Chi ist schon total unruhig. Mein Chi? Alter, ein bisschen Jaxolast. Oder ein Chi-Mese. 3-1 und 3-3. Irgendwelche Sichtkontakte bitte melden aus. Negativ, noch nichts. Okay. Also, okay. So geht das. Ja, sorry Leute. Ich bin noch ein bisschen in der BF4-Controller-Technik. Na ja. Und wie schießt man denn? So hat das. Und so tut man. Perfekt. Und da kommen auch schon die erste Schüsse. Identifiziere mehrere Panzer. Komm schnell näher. Feuer! Tragspiegel auf Feuer! Unterwegs! Alle Envil-Fahrzeuge rücken weiter vor. Scannen und Identifizieren. Boom! Time-Tank-Down! Die sind Aufsicht und ausgebildet. Die Schatten nicht aus der Reihe. Puh, nein. Scheiße. Ja, die haben uns am Arsch. Aber ich hab die auch noch am Arsch, ne? Von hinten. Und boom. Weg sind's der Alter. Natürlich mach ich die Fälle, Alter. Seid bitte zerstört. Aber da kommen ja noch mehr. Angreifen und zerstören. Angreifen und zerstören. Verstanden. Envil 3-1. Wir sehen über das Terro-Wild. Feindliche E-Signatur. Hast du Hübel erwischt? Keine Ahnung. Miller. Sechstens in der Wahnsinn. Ziel zerstört. Weites Ziel zerstört. Ja, boom, Alter. So geht das nämlich. Ja, wo ist der nächste Kontrollpunkt? Also da. Okay. Da gehen wir nämlich jetzt nicht hin. Ja, die haben uns am Arsch. Was ist das denn für ein Lien-Informat? Wir kreisen jetzt über euch und stellen Drohnenübertragung durch. Geh auf Murph-Übertragung. Murph ist mobil. Aha. Ja, und wir gehen da rein. Und das grobste wurde eliminiert. Jetzt kommen wir mit den Tanks rein und machen sie so richtig fertig. Und da laufen sie auch schon weg, die kleinen Wichser. Führung Enver muss sich eventuell darum kümmern und die BDM-Stellung angreifen. Out. Lade, heat! Alle Inselfahrzeuge sind in der Schraubung. Auf mein Zeichen. Drei, zwei, eins, los. Fahrer, mit Vollgas ausdrücken. Ja, mit Vollgas ausdrücken. Okay, ruhig. Dass ich die nicht spotten kann. Wow. Alter. Okay, die sind jetzt da. Perfekt. Ja, und der hier weg, hier. Ja. Turm auslöschen hier. Uh. Also, willst du mich verarschen? Wie geht es jetzt mal in den Shot? Tag. Und der nächste Tag. So. So. Also, willst du verarschen? Ich hab dich da voll getroffen. Boom. Rakete-Batterie weg. Alter, die Kampagne ist immer einfacher. Und der ist immer schwer. Ich hab mich verarschen. Oh, läuft noch jemand. Das können wir hier noch zerstören. Okay, das können wir noch zerstören. Gibt's noch was zu zerstören hier? Alter, will ich mich verarschen? Ist er tot? Ist das jetzt mein Team, oder was? Nein, das ist nicht mein Team, Alter. Ja, wir müssen jetzt wohl drauf gehen, Alter. Okay, da hast du die andere gebaut. Was? Das ist mein Team? Da stand doch gar nicht drauf, dass das mein Team ist, Alter. Alter, das darf nicht wahr sein. Der sagt doch immer, Teambeschuss nicht erlaubt hier und so ein Scheiß. Und die waren ja auch ein Schießen. Was soll ich denn machen? Was für ein Fail hier schon wieder? Nach mir schießen einfach mal rein. Ich möchte einfach mal nachladen. Wir haben uns am Arsch. Ich bin 666, drei Fuß getroffen. Drei Fuß unterwegs. Sie brennen. Drei Karies getroffen. Aber noch funktionsfähig. Wir haben uns einwillen. Wir lehren uns dem Erdball. Verstanden. Alle Kennungen setzen ein. Das macht das Lager drauf. Na, Nordseite. Vorwärts. Truppen. Turm-FG. 75. Envil 3-3 verfolgen feindlich die Läufer. Werden wir ja alles schrotten. Geht. Ich glaube, du wirst sterben, Alter. Wozu ein Teufel beschießt der mich wieder hier? Na, na klar. Das ist noch nicht möglich, Alter. Puh. Also, dann habe ich ein Stückchen Risse. Ziel zerstört. Ziel zerstört. Und wir gehen jetzt rein. Wir werden jetzt nicht uns weiter hier aufhalten. Sondern direkt hier weiterziehen. Ich bin mit der Raketenbatterien voraus. Schalt die Batterien aus. Nein, nein. Scheiße. So, Batterien sind weg. Alles weg. Ja. Und weiter geht's. Und das unsere... Jupp. Ich schieße jetzt nicht nochmal hier alles dringend. Sind das jetzt wieder unsere? Ja, das sind immer noch unsere. Wieder ein Tank, was hat er jetzt? Glaube ich. So. Direkt vor uns ist eine Staubwolke. Verstanden. Ich sehe sie. Wechsel von rechts nach links. Wo soll die Staubwolke denn sein? Ah, da. Wir respektieren, Alter. T270, treiben an. Wir respektieren, Alter. Wo sind wir eigentlich schon? Sie laufen. Verfolgen sie. Wester. Darf du bewegst ihn nach links. Ich sehe ihn. Keine Grüppchen bilden. Passt auf Abstände auf. Ach, welche Abstände. Ich gehe da hin und mache die fertig. Ich gehe mit ihrer Fahrzeuge direkt voraus. Schießen. Treibsspiegel. Gut geschossen. Zeig sie ihn weiter. Da, der nächste. Ich habe das jetzt auch fertig gemacht. Und Schluss ist. Gute Arbeit, Miller. Hinterhalt. Streibschuss. Der Fein fällt zurück. Haha. Er will fliehen. Wir wollen uns ködern. Ich lasse mich ein bisschen ködern. Dafür hole ich sie mir aber. Feinscheiße. Schießen. Schießen. Treibsspiegel. Identifiziere Fahrzeuge direkt voraus. Puh. Weg. Ja. Erledige die Bastarde. Zeig sie ihn. Nein. Zu hoch. Scheiße. Puh. Weg. Drei. Sie ist zerstört. Geh, lass uns angreifen. Keine Wurte anbreiten. Die Frage ist jetzt. Ist das ein Feind? Oder ist das ein Freund? Scheiße. Fein zu dem Panzer. Licker Sektion. Recht zuerst die Panzer ein. Ach, zuerst die Panzer. Kassel, Friedrich auf die Panzer. Weil er erst die Scheiße hier angeboten hat. Aber noch Funktionsfähigkeit. Roadkill, Roadkill. Alter, komm jetzt. Streifschutz, Streifschutz. Und hier sieht alles okay aus. Komm, 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 komm. Und jetzt machen wir die Kassel. Gehen wir uns auf den Schuss. Fahre, bring uns hier raus. Los. Ach, bring uns hier raus. Ich muss mich verarschen. Alter, läuft der einfach an mir vorbei. Das ist von ihm da, oder was? Ist das Gegner? Okay, der ist draufgegangen, weil er meinen Tank gerührt hat. Ja, aber das ist erlaubt gewesen. Mein Tank ja. Ja, wir bleiben wachsam. Keine Sorge. Heilige Scheiße. Heftige Rechnung, die die Wehreinste ausstellen. Die armen Bastarde hatten keine Chance. Jetzt seid ihr ein Lichtmann. Envel 6634 ist jetzt am Kontrollpunkt Räuber an. Ja, ist halt die als Lichter. Hat er schon recht, der Junge. Ja, Befehle, ne? Die wollen eigentlich meistens... Freigabe für Ruhe. Ja, berichte für die Bereitschein. Jets fliehen durch die Wüste. Und Tanks. Ja, auch. Und da ist jemand draufgegangen. Ich kann nicht schießen. Warum das denn? Ja, ich gehe hin und sehe es mir an. Natürlich bin ich immer wieder freiwilliger. Ich glaube, das wäre ein Splatterfilm entsprungen. Die Transporter? Nee, Pilatiere. Könnte jemand dem Kern sagen, dass wir Krieg haben? Ja, äh, hallo? Wir haben Krieg hier, ne? Wohl mal so gesagt. Wollen wir es jetzt? Hier, runter. Scheiß PLA hat uns aufgelauert. Oh, uns zusammengeschossen, bevor wir fertig waren. Irgendeiner muss an den Scheißzünder und ihn auslösen. Okay, ich mach's. What the fuck? Ich krieg hier schon auf die Schnauze. Aber wir können ja nicht einfach hier so direkt weg. Einfach so weg. Deine Mutter ist ein Bastard. Wir fahren doch nicht hier einfach weg. Hier im Ofen ein bisschen hier ein paar... Tötend. Oder wir gehen vielleicht doch weg. Das... Aua. Aua. Wir le... Wir rennen lieber weg hier. Aua. Hätte die mich getroffen, wäre ich jetzt tot. Alter, die schießen mit RPGs, als ob die nichts kosten würden. So, und jetzt null. Bum. Deine Mutter wurde gefiegt. La 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 la. Muss ich jetzt einsteigen? Oder ich muss jetzt einsteigen? Alter, wo ist mein Tank? Gut gemacht. Ja, schön. Du sollst den Sold von dem Typ einstreichen. Der hat schließlich seinen Job gemacht. Zurück in den Panzermann. Wir brauchen dich an der 50. Und jetzt... Und jetzt... Wie steige ich ein? Oh, okay. Wir sind nur. Und jetzt laden wir unser heftiges MG hier. Machen die fertig hier. Und jetzt laden wir unser heftiges MG hier. Wir sind die kleinen Nutten. Wie wartet der, Alter? Anvil 34, rücken auf der Hauptstraße weiter vor. Zerstört alle gegnerischen Kräfte. Meldet euch, wenn ihr aufsagt, der Standart ist bei uns auf. Okay, Wille. Vorrücken. Ja, Vorrücken. Das muss das man selber, ne? Werde bestanden. Schatten, die der die mit ihren Handelbeutel sind. Rücken, weiter. Ne, ne. Auf der Rücken, die Leute. Haube los ab. Linke Seite ist... Wo? Da wurde da oben reich. Hättest du so gedacht, dass du dich vergleichst, gar nicht. Okay, das sind's die vier Autoröse, ne? Ja, wo ist das Panzer? base fährt. Sehe hier recht, wie ich die puiser bin. Und tot. Und tot. Der Heilige Schein. Der Heilige Schein. Okay und tot. Jetzt einfach mal irgendwo hin, irgendetwas fertig bekassen. Okay, da oben, ich schieße mich jetzt auch noch. Das habe ich erst nicht gesehen. Das habe ich erst nicht gesehen. Auf was soll ich achten? Ach, das ist schon wieder so ein C4-Wage. Ich habe doch hier geöffnet. Nein! Es war knapp und dann brauchst du noch den nächsten. Ich komme hierher von überall. Habe ich den zuhause? Alter, was macht der da? Ja, ich habe gerade mein Let's Play beendet und somit grüße ich auch meine Fans. Bis zum nächsten Mal. Geiles Timing. Grüßt schnell bitte. Bye-bye, Leute. Ciao. 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 Nope.